In den letzten Tagen sorgte ein Interview mit Wirtschaftsminister Robert Habeck für große Aufregung und Unverständnis. Ein bestimmter Satz aus dem Gespräch verdeutlicht für viele Beobachter die offensichtliche Gleichgültigkeit der Bundesregierung gegenüber den finanziellen Herausforderungen, mit denen Deutschland derzeit konfrontiert ist. In dem Interview ging es um den aktuellen Stand des Bundeshaushalts, der noch immer ein erhebliches Defizit aufweist. Trotz gegenteiliger Berichterstattung ist der Haushalt keineswegs abgeschlossen, da nach wie vor eine Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro besteht. Besonders irritierend war jedoch Habecks Aussage, dass ungefähr drei Milliarden im Verlauf des Jahres gefunden werden müssen. Diese Bemerkung, die mit einem Schulterzucken und einem Lächeln begleitet wurde, wirkt auf viele wie eine Verharmlosung der ernsthaften finanziellen Lage, in der sich das Land befindet. Diese Äußerung erweckt den Eindruck, dass die Regierung das Problem eher auf die leichte Schulter nimmt, anstatt konkrete und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen. Während viele Bürger aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten jeden Cent umdrehen müssen, scheint die Regierung bei der Planung des Haushalts erstaunlich unbesorgt zu sein. Es stellt sich die Frage, ob man sich der Tragweite dieser finanziellen Lücke und ihrer potenziellen Folgen wirklich bewusst ist. Das Interview erinnerte auch an frühere Aussagen Habecks, die ebenfalls für Verwirrung und Kritik sorgten. Beispielsweise seine Bemerkung, dass Unternehmen, die ihre Energiekosten nicht mehr tragen können, aufhören zu produzieren, aber nicht zwangsläufig insolvent gehen würden. Solche Aussagen unterstreichen das Gefühl, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden. Diese Haltung steht in starkem Kontrast zur Realität vieler Bürger, die täglich mit den Folgen der aktuellen Politik kämpfen müssen. Es wird zunehmend klar, dass die Bundesregierung unter Druck steht, ernsthafte und nachhaltige Lösungen zu finden, anstatt auf kurzfristige Improvisationen zu setzen. Angesichts dieser Entwicklungen erscheint es zunehmend wahrscheinlich, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung bei den kommenden Wahlen zum Ausdruck kommen wird. Die jüngsten Umfragen deuten bereits darauf hin, dass die Regierungsparteien bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen erhebliche Verluste erleiden könnten. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies zu einem deutlichen Signal an die Bundesregierung werden, dass ein Kurswechsel dringend notwendig ist.